Heute nehme ich euch mit in den Urlaub nach Dubai. Angekommen haben wir uns direkt ein Taxi geschnappt und sind in die Unterkunft gefahren. Die Unterkunft war ein Apartment, was für uns viel besser als ein Hotel war, denn wir hatten dort zum Beispiel eine Waschmaschine, die sehr wichtig für uns war. Das Apartment bestand aus fünf Zimmern und drei Badezimmern, was auch sehr schön eingerichtet war. Aber mit sieben Personen haben wir auch gefühlt den gesamten Platz genutzt. Jeder hatte seinen Freiraum und eine wunderschöne Aussicht hatten wir dort auch. Wir waren mitten im GBA an einer sehr zentralen Stelle in Dubai. Es war extrem heiß, zwischen 38 und 40 Grad im Durchschnitt und überall auf der Straße standen so eine Wasserspender. Einfach eine leere Flasche mitnehmen und du hast überall Wasser. Die Fastfoodläden, die wir sonst in Europa nicht besuchen können, haben wir dann dort besucht, um zu wissen, wie lecker die sind. Die Währung heißt dort Dirham. 38 Dirham sind ungefähr 10 Euro. Und für das Essen bei Five Guys haben wir ungefähr 460 Dirham bezahlt. Obwohl es nicht so lecker war, wie ich mir immer vorgestellt hatte. Man hat in jedem Laden eine extrem große Auswahl an Getränken und Süßigkeiten. Da gehen wir gerade Richtung Marina Mall und ich sehe einfach aus wie der größte Tourist mit meinem Rucksack. Und weil wir sowieso fürs Apartment ein paar Kleinigkeiten kaufen mussten, sind wir direkt reingegangen. Beim Rausgehen hatte ich gesehen, dass es diese Seilgleiten gab, was ich leider nicht machen durfte, weil ich zu schwer bin. Zu schwer war ich aber nicht für eine Yacht, deswegen haben wir uns direkt eine Yacht gemietet und sind damit ins offene Meer gefahren. Wir sind zur Abenddämmerung rausgefahren, was sich extrem gelohnt hat. Ihr müsst euch vorstellen, diese Fahrt hat uns 500 Dirham gekostet für 9 Personen. Das sind umgerechnet ungefähr 150 Euro für eine Stunde. Das Essen bei Five Guys hat schon fast so viel gekostet. Wir sind dann an der Promenade entlang gegangen und haben uns natürlich ein bisschen Eis für die Kinder geholt, was sie direkt vor deinen Augen frisch zubereiten. Es war aber auch ziemlich teuer, muss ich sagen. Es hat 35 Dirham pro Eis gekostet. Das sind ungefähr 8 Euro. Obwohl dafür, dass es eine Promenade war, war es eigentlich okay. Man darf aber nicht vergessen, bei 5 Kindern kommt da schon eine gewisse Summe zusammen. Ich durfte aber auch probieren. Am nächsten Tag sind wir in die Dubai Mall gegangen und sind dann in dieses Fisch-Aquarium gegangen. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich fand das eigentlich schön, aber so heftig hat es mir gar nicht gefallen. Selbst für die Kinder war das nach einer Zeit irgendwie langweilig. Wir haben für 9 Personen ungefähr 600 Euro bezahlt und ich hatte das Gefühl, die Kinder sind meistens nur so lang gegangen an den Sachen und wollten das gar nicht so richtig betrachten. Naja, man sagt ja, das, was bleibt, ist die Erinnerung. Vielleicht werden die Kinder, wenn sie älter sind, sich irgendwann zurückdenken und sagen, ey, wir hatten einen schönen Ausflug mit unseren Eltern. Am meisten habe ich mich über diese Pinguine gefreut. Ich fand die richtig interessant. Und der Bray sah einfach aus wie Breitenberg mit seinen Lippen. Auch Frösche haben wir dort gesehen. Trotzdem wollte ich irgendwie mal Regeln brechen, also habe ich es einfach getan. Dann wurde ich noch von einem Krokodil verspeist, aber er hat mich wieder ausgespuckt. Dann war es auch gefühlt endlich schon vorbei und wir sind essen gegangen. Es gab sehr viele coole verschiedene Läden. Anime-Läden, Ritterläden, japanische Läden. Es gab wirklich extrem viel Auswahl dort. Ich habe alles gesehen. Ich bin mit Islam dann in diesen VR-Park gegangen, den ich wirklich viel krasser geschätzt hätte, als er war. Du musst vorne Geld bezahlen und kriegst eine Karte, wo du dein Guthaben drauf hast. Dann kannst du die ein oder anderen Sachen ausprobieren. So viel Auswahl, wie ich gedacht hätte, gab es dort gar nicht. Hier bin ich zum Beispiel beim Paragliding gewesen. Die ersten 30 bis 40 Sekunden ist das schon eine coole Sache, aber irgendwann denkst du dir, wann hört es endlich auf. Bei mir ist es auch so, dass ich von VR-Brillen sehr schnell Kopfschmerzen bekomme und deswegen das sowieso nicht so lange aushalten kann. Islam ist dann noch mit so einer Achterbahn gefahren. Der hatte schon Spaß, aber er hatte auch nicht so richtig Lust darauf. Als ich ihn danach gefragt habe, willst du noch eine Runde oder woanders, hat er gesagt nein. Wir sind dann in so einen komischen Karussell für Kinder und Erwachsene rein. Das war gar nicht so uncool. Also hat schon ein bisschen Spaß gemacht, war jetzt aber nichts weltbewegendes. Im zweiten Stock gab es noch viele kleine Minispiele, die du mit deiner Karte bezahlen musstest. Allerdings war da nichts, was man nicht auch von hier kennt. Deswegen waren wir da auch nicht so lange und sind direkt dann essen gegangen. Wir waren bei so einem einheimischen Laden, der heißt Warsan Mandi und haben da richtig lecker gegessen. Der Laden war sogar alles in allem für 13 Personen günstiger, als wir bei Five Guys bezahlt haben. Das ist dieses Fleisch, was die so in der Erde mit Ton anbraten oder wie das heißt. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir haben dann noch abends eine Moschee gesucht. Das ist hier der Wudu-Raum und dann sind wir in die Moschee reingegangen. Es war wunderschön. Das krasseste für mich war einfach, dass man von draußen den Avern gehört hat. Hier geht es jetzt gerade auf zur Wüste. Zum ersten Mal in meinem Leben fahre ich in die Wüste. Was für mich auch, um ehrlich zu sein, der allerschönste Tag von meiner ganzen Dubai-Reise war. Diese einfach übertrieben wunderschönen Tiere, die Kamele meine ich jetzt nicht Islam, haben einen irgendwie mit diesem Klima in der Wüste emotional berührt. Wir sind vielleicht 10 Minuten auf den Kamelen geritten. Das hat für uns aber schon gereicht, dass man ungefähr ein Bild davon hat, wie es so ist. Von den Kamelen direkt in die Autos sind wir mit den coolen Jeeps durch die Wüste gefahren. Das ist aber nichts für schwache Nerven, weil allen ausnahmslos, allen im Auto schlecht geworden ist. Ich habe das geisteskrank gefeiert, ich habe das unnormal gemocht. Für mich konnten die Berge gar nicht steil genug sein. Ich saß vorne und habe alles hautnah miterlebt. Die Fahrt ging ungefähr 25 Minuten und eigentlich hatten auch alle Spaß. Eine Kopfbedeckung in der Wüste ist so heftig wichtig, das merkt man. Wir sind dann endlich angekommen beim Sandboarding, wo ich richtig Lust drauf hatte. Darauf habe ich mich fast am meisten gefreut. Ich habe dann direkt das Ding genommen, ohne Vorahnung und bin einfach drauf los. Ehrlich gesagt hätte ich gedacht, dass ich jetzt richtig schnell darunter raus, aber ich weiß nicht, ob es an meinem Gewicht lag. So schnell war das gar nicht. Es hat aber trotzdem Spaß gemacht. Was nicht Spaß gemacht hat, war am Ende diesen ganzen Berg wieder hochzulatschen. Bei dieser Hitze dann wieder hochzulaufen ist das Schlimmste. Islam auch direkt sein erstes Mal, er war wirklich sehr, sehr gut. Und er hat auch am Ende nicht so viel hochzutragen. Wieder zurück zu den Autos, natürlich mit der Hälfte der Wüste in den Schuhen mit drinne, was man nicht vermeiden kann. Wir wollten unbedingt dann nochmal die Quads benutzen und mit denen eine Runde drehen. Ich wollte aber diesen Viersitzer haben und mit diesen Buggys fahren. Der Preis von diesem Buggy für eine halbe Stunde war ungefähr 800 Dirham. Also so 210, 220 Euro. Es hat aber übertrieben viel Spaß gemacht. Ich konnte ungefähr 60 bis 65 kmh mit diesem Ding fahren. Und ich finde, jeder Cent hat sich bei dieser Tour gelohnt. Vor uns war ein Guide, der uns die ganze Zeit geführt hat und geschaut hat, weil noch andere Leute in der Wüste fahren. Und da hat sich wirklich jede 10 Sekunden gefühlt umgedreht und nach uns geschaut. Am Ende wollte Islam auch nochmal eine Runde drehen, weil der große Buggy natürlich zu groß für ihn war. Hier ist er das erste Mal auf ein Quad und direkt losgedüst. Das ist aber genau vorne auf dem Platz, das heißt nicht ins offene Feld oder quasi in die offene Wüste. Das ist so ein kleiner Platz, wo die Leute mit dem Quads hin und her fahren. Am Anfang hat er sich langsam herangetastet, irgendwann hat er übertrieben und dann ist er stecken geblieben und direkt Hälfte Sand auf seinen Nacken gekommen. Dann hat ihm irgendeiner einfach da rausgeholfen und dann ist er weitergefahren. Das hat sich auch auf jeden Fall sehr gelohnt. Die Abenddämmerung in der Wüste war unbeschreiblich. Ich fand kein einziges Hochhaus so schön wie die Wüste oder wie sein Salto. Abends sind wir noch an der Promenade langgegangen und haben uns dann frisch gepresste Säfte gegönnt. Warum ich keinen richtigen Vlog gemacht habe, ist ganz einfach aus dem Grund, weil ich die Zeit voll und ganz meiner Familie widmen wollte. Ich habe auch sehr wenig Zeit am Handy bzw. mit Instagram verbracht und dachte mir einfach, ich nehme ein paar Teile auf und die Sachen können wir am Ende zusammenschneiden, um dann so ein Voice-Over-Ding zu machen. Alles in allem wäre mir das Urlaubsland egal gewesen, welche Wahl es am Ende wäre. Die Hauptsache ist, dass ich mit meiner Familie dort war. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß in dem kleinen Einblick von unserem Kurzurlaub. Ich wünsche euch allen den gleichen oder einen noch besseren Urlaub mit euren Familien oder euren Liebsten. Assalamu alaikum, ciao Kakao, tschö pö pö und tschö mit Ö. Ich wünsche euch allen den nächsten Mal. Ich wünsche euch allen den nächsten Mal. Ich wünsche euch allen den nächsten Mal.